besuchen und ich hoffe, wir sehen ihn auch bald wieder. Es gibt eine Menge Probleme, die wir angehen wollen. Genau! Gemeinsam sind wir stark! An der Förde haben hier unser Zuhause, haben über 570 Mitglieder, eine ganz durchmischte Gruppe an Menschen hier bei uns, von ganz klein bis ganz alt und wir sagen immer